Ich dachte schon, der Skill wird nicht angezeigt, aber es war einfach unterm Boden. Eine bodenlose Frechheit. Was, du warst da jetzt nicht mehr, weil die Smalls nicht mehr frei waren? Achso, Ben, schon Hammer. Naja, es ist generell überhaupt schwierig, einen Spot zu finden, der in Anführungszeichen frei ist. Oh oh. Nein! Nein! Oh mein Gott, no way. Ach, dieser scheiß Violet, Alter, der soll sich... We have a problem. We have a problem. Oh shit. Hm. Dagi lohnt hoffen, dass der nicht resetet, I guess. Und der hat geresettet. Level up bei den Bären. Und. 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 Ööööööööööööööööööööööööö? he. Frauen Läufe gebraucht. Aber wir haben's finally, finally geschafft. Aaaah, viel zu lange gedauert viereinhalb stunden madige 50 prozent aber gut man kann nicht behaupten dass ich mich nicht hab ablenken lassen ja diesmal nicht freundchen diesmal schnappt ihr mit dem giant nicht vor der nase weg okay sie haben den giant vor der nase weg geschnappt obwohl ich ihn sogar gegriffen und geslowt hatte rex game er hat mein ice arrow drauf